Hi, das Thema Ernährung. Es ist natürlich etwas, von dem hast du schon gehört und sicherlich hast du ein super Trainerteam an deiner Seite und vielleicht haben die dir auch schon so ein bisschen was zum Thema Ernährung beigebracht oder du hast das eine oder andere gehört oder du kennst es von zu Hause, von deinen Eltern. Aber was den meisten nicht bekannt ist, wie sich denn das Thema Ernährung auch auf Regeneration, Schlaf und Leistungsfähigkeit, also in diesem Dreiklang, wirklich dann auswirkt. Und da spreche ich nicht davon, dass wir euch Trainingspläne machen. Wir verkaufen euch auch keine Supplements. Das ist nicht das, was wir tun. Nein, wir werden im Rahmen dessen, wie wir euch betreuen, auch mit der 24-Stunden-Uhr, mit dem Thema Schlaf, Regeneration, Training, das Thema Ernährung einbauen auf eine ganz andere Art und Weise, als du es jemals kennengelernt hast. Und zwar geht es darum, was esse ich? Nein, wir machen keine Trainingspläne, sondern wann esse ich oder wie esse ich, in welchem Umfeld esse ich und vor allen Dingen, wie verbinde ich Essen mit Training oder eben dementsprechend auch Schule mit solchen Dingen. Das machen wir individuell für dich. Und das ist das, was eben das Thema Ernährung ausmacht, um dich zur absoluten Handballrakete zu machen. Und das ist das Thema Ernährung ausmacht, um dich zu machen.